moin leute und willkommen wieder zu einem neuen video von meinem kanal und wie ihr seht die kamera von meinem handy nicht sehr gut und die ausstellung habe ich selbst gemacht ist auch nicht so gut aber hier mal den chat reingucken ja das das ist schon okay selbstgemachte claim jetzt habe ich gerade 3.338 1533 elixier ich warte bis die schweinereiter auf level 3 fertig sind dann motze ich die becker oder magier vielleicht auch die drachen auf 3 magier fünf und bekämpft zwei jahre banken ich ja fünf finde ich in meinem bereich mittelmäßig minenwerfer kann man nicht erkennen market thema sind nicht gut muss ich kanonen level 8 finde ich auch nicht okay luft abwehren alle drei auf fünf ja fünf elixier sammler goldminen die hälfte sind 10 die hälfte sind die hälfte sind weiß ich nicht kann ich jetzt nicht zählen bei beim video day und wenn ihr seht das sorry ihr seht den level 4 level 4 tesla dann dann gott zu mir einmal da rüber zauber spruchfabrik 3 buggy türme sind auch nicht gut gottlager finde ich sehr gut von 3 3 auf level 11 ich glaube level 1 4 und und am dienstag oder freitag bin ich bei meinem freund alle und dann guck bitte im kanal rein der kanal heißt alle jolo 2000 bitte abonniert ihn und ja kommentiert es wäre nett schöne grüße von meinem kanal und von allen julos kanal ciao und noch was wer waro 3 sieht ihr wisst ein nicht so guter nicht so guter spieler hat waro 3 gewonnen aber man hat er hat glück gehabt und bis dienstag oder freitag ciao und noch etwas wenn ihr in meinem kanal rein sie bitte abonnieren der kanal heißt wie ist der kanal genau chairman let's play ciao ciao